ja wir sind wieder da ich gern an das ist das ist das ist das ist das ist das das ist ein freund für freien wo es nicht wird zuerst raus darf schon wieder zum anfang nicht noch ein bisschen weiter ja also mehr okay das ist jetzt vielleicht eine minute her seitdem die aufnahme beendet wohl hätte er noch gesagt Prozent Prozent hat noch ein Kurs so dann habe ich nicht zugehört ich habe mir selber nicht zugehört geht so weit über die Urbaut Rettkonten Ja. Ich hätte noch fast einen Kill. Die Gegend, warte mal. Borderlands. Ich guck mal kurz, ob es was... Borderlands. Ob was günstiges gerade im Angebot ist. Ey, wir müssen mal noch zwei andere Leute finden und dann so ein Battle auf die Seine-Map-Star-Fan machen. Zwei gegen zwei oder alle gegen alle. Also jeder gegen jeden. Oh, das ist so weit weg. Kein Auto hier? Nee. Da müssen wir überhaupt hin. Ja, jetzt rechts. Schön. Oh, das ist doch die Map, wo ich mich so andauernd verlaufe. So, hier ist Pisse. Pisse. Das ist nicht möglich. Ich bin mal wieder voll voll. War das nicht das? Bei der Endgebiet. Ja. Oh, nö, nö, nö. Oh, das hat mich getan. Oh, das hat mich getan. Oh, das hat mich getan. Sie müssen hier recht. Ja. Ja. oder wir gehen gerade aus das geht gar nicht da ist gewünscht da kann man gar nicht lang werden ich bin gerade weggeflogen wo was geht ab wo auch wieder einer weniger ich war gerade aus dem Schläger schießen plötzlich fliege ich weg und stehe vor dem der nächste Frage wo kommt der Schläger her wo geht geht um an ist das also mal also um blauen macht ein weiter vielleicht wir haben uns mit langen ja hier lang ich hoffe du hast das knallt hier ab auch gehört da ist ein save point warum rede ich jetzt englisch naja weiter ich höre Viecher ich 3 beide an noch mehr weiter auch bei n oder dürfen um die Eifel mit Papier durch die hatte Fakt und streichern er hier ist ein Artefakt das gesagt wird ordentlich doch gesagt Ach du? Säure Artefaktorjäger. Oh nö. Starbarn. Ich bin seine Schulter weggeheuert. Wann Leute? Krieg ich mich jetzt ja mal voll auf. Hinten ist noch ein Schläger, glaube ich. Es sind doch noch mehr. Die kommen gleich alle aus den Hüften raus. Toter Schläger. Ist ja wie Weihnachten. Sonnen Kripp gibt mir noch keinen Leuten, die langweilig sind. Oh nein, sieh noch Bosskampf aus. Ich weiß, guck mal, ich speck's da an den Seiten. Wie kannst du denn? Geh rein. Na, guck mal, ich sie ins Gest. Kommst du rein? Du weißt, was du machen musst. Du bist dein bester Freund, du musst mit einer Kreissäge. Oh, die müssen wir jetzt auch noch es kautieren. trete mich töten wo der Händen und steht hier Klapp wir sind wir sind zurück Sniper! Das ist großartig! Warte mal! Kannst du haben? Ich brauche nur Granaten! Okay, schlecht! Ich bin eventuell das vor, oder so? Okay, ich nehme so nicht mit. Wo hast du denn einen Claptrap gehört? Na, die ganze Zeit nur... Dann suchen wir jetzt einen Claptrap. Warum auch hier einer sein sollte. Oh! 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 Ich hab' die letzte Woche noch... Hier... Hier waren wir schon mal bei... Nee, die war uns gar nicht. Doch, ich war doch schon. Troll. Stimmte durch. Schön, dass du überall ohne mich hin willst. Ja, du kommst ja nicht hinterher, weil du dich von denen ganz viel ablenken lässt. Nein, ich bin im Berg. Ich bin im Berg runtergefallen. Da, wo wir vorn langt wollten. Kapiert da gerade aus. Da bin ich ohne gefallen. Und da kam ich ja schlecht wieder hoch. Da hab' ich mich da verlaufen. Und du hast ziemlich... Wir haben schon eine Web. Da ist ein Alien-Spider-End. Oh mein Gott, nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, der Alien-Spider-End ist tot, aber er hat aber nichts gehört. Dann gibt's Alien-Spider-End. Hieß der so? Keine Ahnung, irgendwas mehr da. Und der hat blau geleuchtet. Und ja, wirklich geleuchtet. Ich muniz, ich hab von Alben die ganze Munition voll. Ich auch. Und ich bin jetzt wieder in den Berg runtergefallen. Naja. Ich denke, was geht hier lang? Ich bin jetzt mal ne Granate im Himmel im Kopf, ob sie wieder runterkommt. Ja, aber die explodiert zu früh. Ich bin auch grad rausgegangen, ähm... Mal nachladen. Warum wollte ich jetzt Escape drücken, um aus dem Fetthaus zu gehen? Ich wäre wieder voll schlau gewesen. Oh, eine. Für die X-Borderlands kotzt mich langsam an. Was? Ich hab das DLC, aber ich weiß nicht, ob das für die deutsche Version ist. Ich hab die komischen Explosionsdinger ausgelöst, ne? Die Gasflaschen. Ich wurde einfach nur zurückgefeuert. Ich hab die komischen Explosionsdinger ausgelöst, ne? Schlechte Sniper. Oh, als Sniper, ja. Wie viel macht einer? 171. Äh, meiner macht irgendwie 165. Ich find's ja jetzt gar nicht. Wollen wir mal ganze Semmentalien hier? So. Was will ich eigentlich mit der SMG? Brauchst du nen Säure-Artefakt für Bloodwring? Für Bloodwring? Für Bloodwring? Ich hab die Zielgemerigkeit, regeneriert ihre Munition und feilen dich sogar. Hier kriegst du deinen. Ich renne grad hier hinten nur auf Langeweile lang. Hier gibt's blaues Speichertex, die haben wir ja schon. Ich hab, ich hab eh alle. Ich weiß noch nicht mehr, was ich hier mach. Ich hol mir jetzt Speichertex für Sachen, die ich eigentlich nicht brauch. Wie Alienwaffen. Hm. Oh, Gegner. Ich hab Skills in Alienwaffen, das ist cool. Warte mal, ich guck mal kurz. Cool, die komplette Sammlung plus alle Add-Ons. Hm. Hat ne Alienwaffe. Das war jetzt kein Joke. Was ist das Sinn? Keine Ahnung. Habst du mir noch nicht angeguckt? Ich bin grad mit dem Kampf. Und überhaupt war keine Alienwaffe. Ich hab noch nicht mal ne Waffe. Aber ich hab ne Waffentur. Und wenn du weißt, wo ich bin, dann wirst du lachen. Ich weiß, wo wir noch hin können. Waffenkiste! Mann, ich bin grad gegen die Waffenkiste gelaufen. Und da hast du mich, äh, und da hast du das Ding gemacht. Ja, und was wollen wir hier? Cool, in ein paar Tagen können wir das Add-On-Secret-Armory-General-Nox-Lustre-C-Zocken. Wir sind noch nie ganz links durchgegangen. Meins. Weiß nicht wo links. Wir sind direkt rechts abgewogen und dann da hinlassen zu werden müssen. Mann, nee, 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 nee. Ich weiß nicht drin, ja, nee, 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 Fold. Doch da waren wir, da waren überall. Da waren überall Quest. Gernam, wennибrak, gleich noch Regen in Schwarz gibt. Nein, wir sind keine Ähnungswaffen. Wo Kraut Aboriginal des Multiaces, L expos Globalром so du bist da ich zu viel ja rechts war schon überall die Jolen links waren wir noch nicht na klar da unten war doch einer der Dinger der Maschinen die man anwirken musste ja glaube ich kann auch mir einfach mal hin komm mit na klar das war so eine Antennenanlage ja da waren klar das war auch da wo ich gesagt habe oder um so eine Antenne ich hab die falsche Kombination freut mich für dich klar war mir schon mal bist du dick hab ich doch mal gesagt da sind wir noch mal nicht die Antenne ja ich schiefe die Antenne wenn du dich um die Gegner kümmern kurz schild komm weg 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 das war ganz meiner Sniper 290 Meiner ist besser ich fand Granaten gebraucht ne Gewolfe Schlech Granate? Triss, lass dir flachlichte Ich glaub, die eine letzte Batterie hat gerade die andere geheilt Oben hängt ein Bein runter Wär ja mal neu, wenn die nicht heilen können Ich bin schneller als du Mit was? Na, oben Mein Ziel ist es eigentlich noch gar nicht, nach oben zu kommen Ich bin aber oben, also ich war schneller Warum hab ich eigentlich ein Scheißschild drin? Ich bin scheiße 700 Wieso, ich bin schon oben Ich meinte eigentlich oben in der Kommandostation Und nicht da oben, wo es sinnlos ist Musste das jetzt sein Aries Flachwechselin Na gut, cut Vielleicht sehen wir uns nochmal Oh Ich lern die Konsolen Ich lern die Konsolen Wie auch immer Steht ein Glas vor meinem So Foodwall VIP Ja, und? Ich nehm die Konsolen